Es gibt einen konkreten Termin zu Dann-Da-Dann. Prime Video entfernt drei Anime-Serien, ProSiebenFun zeigt No Game No Life als TV-Premiere und viele weitere interessante Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan und das hier sind die Otaku-News. Lasst uns loslegen! Prime Video sortiert seinen Anime-Katalog aus und nimmt demnächst mit der Fantasy-Serie Cautious Hero – The Hero is Overpowered, but Overly Cautious sowie alle zwölf Episoden von Yuko Holder und der Mystery-Serie Steins Gate, welche derzeit mit deutscher Synchronisation verfügbar sind, drei Serien aus dem Programm. Konkrete Termine für die Entfernung der einzelnen Serien werden zwei Wochen vorher auf der Amazon-Webseite sowie in der Prime Video-App dann gelistet. Bislang gibt es noch keine konkreten Termine. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Dann-Da-Dann wurde verkündet, dass die unter der Regie von Fugo Yamashiro im Studio Sain Saru entstehende Serie am 3. Oktober im japanischen Fernsehen anläuft. Das Opening Otunoki stammt von Creepy Nuts, welche auch das Opening von Call of the Night beisteuerte und der Endingsong Taidada wird von der japanischen Musikgruppe Tsurumao, welche für das zweite Ending von Chainsaw Man zuständig war, beigesteuert. ADN, Netflix und Grungeol zeigen die Action-Serie übrigens im SimuCast. Am 10. September bringt ADN einen Preview-Film mit dem Titel Dann-Da-Dann – First Encounter, welcher aus den ersten drei Episoden besteht, mit deutschen Untertiteln ins Kino. Durch die Öffnung einer offiziellen Webseite wurde kürzlich bekannt, dass der Comedy-Manga Witchwatch als TV-Anime umgesetzt wird. Der neue Anime aus dem Studio Burberry Animation entsteht unter der Regie von Hiroshi Ighata und läuft ab April nächsten Jahres im japanischen Fernsehen. Masuo Kawasei fungiert dabei als Assistant Director, wenn Hitomi Mieno das Charakterdesign verfasst und Haoko Izuka das Charakterdesign erstellt. In den Hauptrollen des japanischen Sprecher-Castes sind unter anderem Yuta Suzuki bekannt als Glenn in China's Princess Guide, als Morihito Otogi, Kaito Ishikawa – diesen kennt ihr als Naofumi in Shihiro, als Keigo Magami sowie Rina Kawaguchi als Niko Wakazuki zu hören. Gohei Amazaki spricht den Charakter Kanji Kamsa Matsuri. Die gleichnamige Original-Manga-Reihe von Kendashi no Hara wird seit 2021 im Weekly Shonen Jump Magazine veröffentlicht. Hierzunande erscheint das Werk seit 2022 durch Egmont Manga mit deutscher Übersetzung. Durch einen Eintrag im Programmplan von ProSiebenFun wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass der Pay-TV-Sender die Anime-Adoption von No Game No Live im nächsten Monat als deutsche TV-Premiere ausstrahlen wird. Die beliebte Anime-Serie erscheint demzufolge ab dem 9. September jeden Montagabend um 21.45 Uhr mit deutscher Synchronisation in Doppelfolgen auf ProSiebenFun. Eine Wiederholung findet noch in derselben Nacht um 1.30 Uhr sowie am Sonntagabend um 18.35 Uhr statt. Die Fantasy-Serie, die den aktuellen Sendeplatz von A Cherry of a Fade Night übernimmt, bildet fortan zusammen mit der TV-Premiere der Anime-Umsetzung von 8686, welche am 26. August um 22.30 Uhr startet, den neuen Anime-Blog auf ProSiebenFun. Kurz vor oder nach der TV-Ausstrahlung steht der Anime voraussichtlich auch in der Mediathek auf Join zur Verfügung. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Let This Grieving Soul Retire wurde verkündet, dass diese ab dem 1. Oktober im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Let This Grieving Soul Retire entsteht unter der Regie von Masahiro Takada im Studio Zero-Chi. Hideki Shirane verfasst das Drehbuch, während Yusuke Izuchi und Shingo Fujisaki das Charakterdesign erstellen. Der Opening-Song Kato Tomoro wird von der japanischen Sängerin Lessel beigesteuert und das Ending Tsukuri Mu stammt von Pimaru Sama. Das war unsere Otaku-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen doch einen Daumen nach oben, Kommentare unten in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt die Glocke, stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne über unserem Discord selber besuchen und per Paypal, Patreon, eine YouTube-Mitgliedschaft oder eben auch mit einem Super-Sanks unterstützen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Oder ganz einfach, ihr teilt dieses Video und empfiehlt uns, euren Freunden, weiter. Wir sehen uns wieder, das nächste Mal. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Bis dahin, macht's nicht gut.